hallo gegen freunde und herzlich willkommen zu einem neuen video auf meinem kanal saboe setz und diesmal habe ich wieder ein gast dabei nämlich den lieben pricks und ja ich spiele auf dem server mcgames.org oder haben wir einen hackerino der hat sich gegönnt und und sollte ich jetzt sagen genau den server habe ich auch vorgestellt der hat ein sehr altes anti-cheat nämlich ac 1.9.10 und wie ihr seht teleport geht easy durch und ja pricks ist ein real life kumpel von mir und er hat auch 2,6k abos oder so und ja ich dachte dass ich euch vielleicht heute mal oder wir beide die geschichte oh scheiße ich habe vergessen das bett aufzubauen die geschichte erzählen what the fuck wie sie ist da jetzt alles klar erzählen wie wir uns halt kennen gelernt haben bzw von wo wir uns kennen also pricks du kannst schon mal anfangen ok also es hat das ganze hat angefangen damit dass ich halt regelmäßig die videos von saboe setz geguckt habe bis ich dann halt irgendwas im shop brauchte daraufhin habe ich ihn auf ok ja warte daraufhin habe ich ihn über skype angeschrieben und dann sind wir halt nachdem ich das gekauft habe er so ins gespräch gekommen von wegen real life und er hat mich dann halt irgendwann angerufen dann sind wir also zwei drei stunden in skype gesessen und haben miteinander gequatscht und dann irgendwann sind wir dann drauf gekommen dass ich so ein paar minuten nur von ihm weg wohne und ja dann haben wir uns halt sofort so einen termin ausgemacht und ja dann haben wir uns halt getroffen in der shisha bar und haben uns eine wassermelonen minze shisha gegönnt oh danke dass sie mir helfen ja auf jeden fall war das ganz nice und danach haben wir uns halt auch so öfter getroffen und hat sogar bei mir ein paar tage übernachtet als ich sturm hatte war ganz nice kann sagt man das überhaupt in deutschland ja egal sturmfreiheit wir sind ja aus österreich wir beide xt und ja jetzt können wir uns halt schon ein paar monate und richtig korrekt und ja jetzt ist er halt das erste mal im let's hack dabei und ich frage mich gerade wo die gegner sind die müssten doch da bei grün irgendwo rumlungen oder ja ja bei grün die sind da oh mein gott der bad fucker alter wie das durchgeht easy peasy lemon squeezy hier ja scheiße lags halt mein internet ist grad scheiße egal wir sehen uns in der nächsten runde alter Killaure ist halt gar nicht durchgegangen wegen dem scheiß Lags. So, willkommen in der neuen Runde nach dem kleinen, ja, Ping-Fail XD. Jetzt kann ich nur auf ein besseres Internet hoffen. Oh, hell no. Da hat ein Haxor ein Bett weggehaxert. Wir müssen jetzt... Äh... Wir müssen... Auf wen müssen wir gehen? Hä? Wer war das jetzt? Hä? Wer war... Warte. Das war Axel Steve. Oh, der war in unserem Team. Ah, der ist in unserem Team. Okay. Okay, da gönn's ich. Hä? Du... Okay. Whatever. So, auf jeden Fall. Ja, genau. Link vom lieben Pricks ist auch in der Videobeschreibung verlinkt, habe ich das überhaupt gesagt. Ich hab zwar gesagt, dass er einen Kanal hat. Hä? Hallo? Warum geht der Flie nicht? Der Flie... Ich mein, ich mein, ich mein, der Dings, Teleport ging nicht. So, äh... Der Flie geht jetzt. Ist überhaupt... Na, Bett ist nicht kaputt, oder? Doch. Ist doch kaputt. Hä? Ne, unser Bett ist nicht kaputt, aber... Ne, nicht unseres. Ah, ja, ja. Ist alles eliminiert. Da steht... Eliminata. Das aber ist nicht deutsch oder englisch. Eliminata. Natanata. Äh... Die have artism. Okay, auf jeden Fall, äh... Das Bett war schon zerstörter Genius. Ja, genau. Greif mich an. Ja, voll. Das kann ich dafür, wenn ich die Laura angreife. Auf jeden Fall snacke ich mir jetzt hier die Gegner. Äh, hallo? Hä? Ich checke sie nicht, warum es manchmal geht, manchmal nicht. Ist halt... AC. Ja, gut. Äh, Ping ist wieder on, flieg hier. Danke, dass sie mir, äh, behilflich sind beim... Ich bin mir behilflich. ...Gegner töten. Wie bitte? Ja, sie sind mir behilflich. Das war nicht ironisch gemeint. Okay. Yo, jetzt noch... Oh, die Grünen. Die Grünen. Der wird zwar so schlecht. Äh... Ja, gut. Alles gut, bitte? Nee, nee, nicht. Nichts gut. Nichts gut. Egal, ich respawn noch. Wie gut, ey. Äh, okay. Okay, ich will mal so sagen, dass da ein bisschen der Kleinst verpackt war. Aber ich glaube, ich habe den Speed unabsichtlich irgendwie aktiviert und bin da doch runtergefallen. Ja, moin. Ey, kannst du, äh, kannst du noch mit dem letzten Gegner warten? Ich will den töten. Ähm, ja, ja, klar. Okay. Okay, wo ist der letzte Gegner? Ist der dort hinten? Wo ist der letzte? Ähm, bei den Grünen. Hä, der ist nicht da? Hä? Warte, ich guck mal. Bro, look at this, dude. Oh, das stimmt. Wo? Nee, ich sollte gleich dort sein. Ja, der Grün. Jetzt steht da, dass keiner mehr im Spiel ist. Was ist hier los? Guter Server an dieser Stelle. Guter Server. Oh Mann, also, warte. Hä, was ist jetzt los? Ich check grad gar nichts ab hier. Hä? Digga, das ist... Ist der hier noch mehr im Spiel, oder was? Da sind 2, 2K Leute aktiv auf dem Server und... Hä? Ja, gut. Äh, sehr, sehr guter Server an der Stelle. Äh, ja, dann springe ich halt mal runter. Und ich denke, das war's jetzt auch mit dem Let's Hack. Also, die Runde sieht aus, als würde sie nie enden. Und alles klar, es ist hier immer verbuggt. Äh, ja, auf jeden Fall. Ja, ich mach ja nicht gern so längere Let's Hacks. Kann ich ja vielleicht mal einführen. Keine Ahnung. Ist halt nichts für mich. So lange, dumme Aufnahmen. Ähm, ja, ich hoffe, euch hat das, äh, Let's Hack gefallen. Wenn ja, gebt einen Daumen hoch. Und, äh, schaut vielleicht beim Herrn Pricks vorbei. Oder? Ja. Und ja, viel Spaß dir noch im Leben. Tschüss und bis zum nächsten Mal.